Sportminister Werner Kogler gibt muslimischer Jugend für Wintercamps halbe Million Euro. Heute werfen wir einen Blick auf die Förderpolitik des österreichischen Sportministeriums unter Leitung des grünen Ministers Werner Kogler. Ein kürzlich bekannt gewordener Fördervertrag zeigt, dass das Ministerium beträchtliche Summen für muslimische Jugendgruppen bereitstellt. Besonders auffällig sind dabei zwei Förderungen. Fast eine halbe Million Euro geht an die muslimische Jugend Österreich für Wintercamps und über 500.000 Euro an die muslimischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs für ihr Projekt gemeinsam extrem stark. Die muslimische Jugend Österreich ist als größte deutschsprachige muslimische Jugendorganisation bekannt, die sich mit Themen wie Geschlechtergleichstellung, Rassismus, Bildung und Präventionsarbeit befasst. Die Förderung durch das Bundesministerium ermöglichte es ihnen einzigartige Erfahrungen in ihren Wintercamps zu bieten, für die sie sich ausdrücklich bedankten. Auch die muslimischen Pfadfinder zeigten sich dankbar für die finanzielle Unterstützung, die ihnen ermöglichte, fünf Snow Days für ihre Mitglieder zu organisieren, inklusive Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung und Wintersportkosten. Die Großzügigkeit dieser Förderungen wirft jedoch Fragen auf. Kritiker vermuten, dass die grüne Partei mit diesen Summen versucht, muslimische Gruppen als Wähler zu gewinnen. Diese Spekulationen werden durch die vergleichsweise geringen Förderungen anderer Vereine, wie zum Beispiel Wiener Fußballclubs, verstärkt. Abschließend bleibt die Frage, sind diese Förderungen ein Zeichen für Integration und Unterstützung der muslimischen Gemeinschaft in Österreich oder steckt politisches Kalkül dahinter? Eine Diskussion, die sicherlich weitergeführt wird. Aktuelle Nachrichten zum Lesen finden Sie auf unzensuriert.at oder unzensuriert.de.